Einmal richtig sprayen und das ganz legal. In Berlin findet derzeit das Muralfest statt, bei dem an vielen Orten im Stadtzentrum Gebäude mit großgleichigen Wandgemälden versehen werden. Das Berlin Muralfest ist, glaube ich, zurzeit das wichtigste, größte Graffiti- und Streetart-Festival weltweit, europaweit definitiv, weltweit bin ich nicht so auf dem Laufenden, wo halt mehr als 30 Künstler eingeladen sind, die Zahl habe ich gar nicht mal auf dem Schirm, ich denke inzwischen es sind mehr, die hier verteilt über die ganze Stadt Berlin große Fassaden bekommen haben, große und kleine Fassaden bekommen haben und da als freie Arbeit ihre Kunst präsentieren können. Das Festival wird erstmals in der Hauptstadt ausgetragen, die Reaktionen des Publikums entsprechen dem Motto. Nackenstarren, was auch der Leitspruch ist, Nackenstarre garantiert, weil immer Blick nach oben, was machen die da und generell habe ich einfach immer die Erfahrung, wenn du Farbe und schöne Formen irgendwo ranbringst, dass die Leute schon immer begeistert sind, gerade in der Großstadt so, wo du so viel Tristesse hast. Auf über 10.000 Quadratmetern sind die Ergebnisse der Künstler zu sehen, das Festival endet mit einer großen Party.